In diesem Video habe ich meine Aufgabe zur Interferenz an den Schichten vorrechnen und dazu haben wir jetzt mal hier eine Ölschicht auf einer Pfütze, jetzt mal hier dargestellt, das wäre jetzt die Ölschicht, das dann die Pfütze, also die Wasserschicht, jetzt maßschapsgerecht natürlich nicht korrekt, aber um das darzustellen, hier dann, um zu sehen was hier passiert, deswegen hier die Ölschicht groß, das die Wasserschicht und hier eben das einfallende Tageslicht, das jetzt auf die Ölschicht fällt und dann erhalten wir hier dann die Interferenz. Die Interferenzerscheinung, die typische Interferenzerscheinung an den Schichten, jetzt wie genau das Ganze entsteht, das habe ich schon im Grundlagenvideo zur Interferenz an den Schichten erklärt, will ich jetzt hier nicht genau erklären, deswegen verlinke ich mal kurz eben im Video, falls ihr noch mehr dazu wissen wollt, ist ja die Grundlage hier. Und jetzt zu den Aufgaben, also die erste Aufgabe ist jetzt, warum schimmert die Pfütze bei Tageslicht und da ist jetzt die Antwort, dass das Tageslicht jetzt mit verschiedenen Wellenlängen hier auf die Pfütze eintrifft und dann erhalten wir jetzt, bei verschiedenen Wellenlängen, je nach Einfallswinkel, Epsilon, destruktive Interferenz hier dann an den ausgehenden Wellen und dann destruktive Interferenz führt zur Auslöschung und diese destruktive Interferenz, die wir halt bei verschiedenen Wellenlängen im Tageslicht erhalten, die führt dann zum Schimmern, was man dann halt an der Pfütze sehen kann. Und das ist jetzt nochmal hier kurz im Text umgefasst, aber im Wesentlichen, was ich gerade gesagt habe. Jetzt die zweite Aufgabe, ein bisschen komplizierter jetzt eine Rechenaufgabe und zwar ist einmal der Brechnungsindex von Öl gegeben, ist 1,2, auch hier gegeben, dann, okay, der Brechnungsindex von Wasser, habe ich jetzt nicht hingestimmt, ist 1,33, klar, der Brechnungsindex von Luft ist 1, und dann, und die Ölschicht hat jetzt eine Dicke von 600 Nanometer und wir betrachten jetzt den bläulichen Anteil des Tageslichts mit einer Wellenlänge von 440 Nanometer. Und die Frage ist jetzt, unter welchen Winkeln Epsilon wird das Licht, der Wellenlänge von Lambda gleich 44 Nanometer, unterdrückt. Und um das jetzt zu berechnen, müssen wir erstmal sagen, dass Unterdrückung heißt jetzt, ähnliches Prinzip wie hier schon beschrieben, destruktive Interferenz. Destruktive Interferenz, das ist die Zerregel Interferenz, heißt, dass wir einen Gangunterschied von K minus 1,5 mal Lambda haben und jetzt dann mit K den gradseiligen Werten 1,2,3 eingesetzt und jetzt um den Gangunterschied Delta S, also jetzt brauchen wir hier den speziellen Gangunterschied Delta S für diese Anordnung, um dann halt die Einfallsfügel zu berechnen. Und hier ist es so, dass wir hier speziell bei dieser Anordnung jetzt zwei Phasensprünge haben, einmal den Phasensprung hier oben, also das Licht hier wird reflektiert und dadurch, dass wir jetzt, das ist die Theorie, dass wir von einem optisch, dass wir in ein optisch dichteres Medium gehen, Luft ist das optisch dünnste Medium, was es gibt mit einem Index von 1, Öl hat den Abbrechungsindex von 1,2. Deswegen haben wir hier schon mal eine Reflexion in einem optisch dichteren Medium und jetzt aber auch nochmal hier eine Reflexion am optisch dichteren Medium, weil jetzt der Abbrechungsindex von Wasser mit 1,3 größer ist als der Abbrechungsindex von Öl mit 1,2 und das ist jetzt die Theorie, wie gesagt, habe ich auch schon im Grundlagen Video erklärt, dadurch, das heißt jetzt, dass wir hier zwei Phasensprünge haben, und wenn wir zwei Phasensprünge haben, dann ist die allgemeine Formel für den Gangunterschied Delta S 2D mal die Wurzel N² minus Sinus Epsilon 0². Im Video schon alles erklärt. Und das setzen wir eben jetzt gleich für die Destruktive Interherenz K minus 1 halbmal Lambda und jetzt müssen wir das Ganze jetzt nur noch nach Epsilon umstellen, weil wir wollen jetzt eben die Winkel Epsilon bestimmen, die jetzt bei einer Wellenlänge Lambda von 44 Nanometer dann destruktive Interherenz ergeben. Und jetzt erstmal, jetzt müssen wir die Formel ein bisschen mehrstufig umstellen. Ich mache jetzt dadurch aus Platzgründen mehrere Schritte auf einmal. Also erstmal, erster Schritt quadrieren, um die Wurzel wegzubekommen und dann habe ich jetzt sofort den zweiten Schritt schon hinterher gemacht. Dann, wenn wir quadrieren, halten wir das, was hier steht und dann noch das Quadrieren, das ist ja 4D². Also direkt den zweiten Schritt hinterher durch 4D² ergibt dann das, was hier steht unter Wurzel, isoliert N² minus Sinus Epsilon 0² gleich und jetzt das Quadrieren ist ja dann einfach K minus 1 halb Quadrat mal Lambda Quadrat. Also das Quadrieren durch eben, wie hier schon angezeigt, durch 4D² und dann wieder ein paar Schritte auf einmal. Wenn man es weiter vereinfacht, erhören wir Sinus Epsilon gleich und jetzt die Wurzel aus diesem komplexen Teil und dann, wenn wir uns das jetzt mal angucken, jetzt müssen wir nur noch für K, 1, 2, 3 die geradezeigende Zahl einsetzen. Wie gesagt, Lambda ist 440 Nanometer und damit können wir jetzt dann unsere Winkel berechnen. Und das, wenn man es jetzt mal macht, hier Sinus für K erstmal 1 und 2 eingesetzt, kommen wir, wenn wir jetzt hier für das K 1 und 2 einsetzen, wird der ganze Ausdruck hier größer als 1, das heißt, wir erhalten Sinus Epsilon größer als 1, ist manchmal nicht möglich, deswegen das, da haben wir keine Dexortimentiferenz. Jetzt K gleich 3 eingesetzt, hier eine 3 eingesetzt, erhalten wir Sinus Epsilon gleich 0,7744, davon können wir jetzt den Arcusinus bilden, erhalten wir einen Winkel von 50,75 Grad, das heißt, beim Einfallswinkel Epsilon von 50,75 Grad haben wir dann hier ausgehend destruktive Interferenz vom Lichtspektrum in der Wernhecke von 440 Nanometer. Also das wäre jetzt eine Lösung. Jetzt weiter 4 eingesetzt, wenn wir hier K gleich 4 einsetzen, wird dieses Problem jetzt, dass die ganze Wurzel, oder das, was in der Wurzel steht, negativ wird, wir dürfen keine Wurzel aus der negativen Zahl ziehen, ist damit auch nicht lösebar, das heißt, für dieses spezielle Beispiel haben wir nur eine Lösung bei K gleich 3, das heißt, nur bei K gleich 3 ergibt sich dann der Winkel 50,75 Grad, nur bei diesem Winkel haben dann die Struktive Interferenz. Jetzt bei ähnlichen Aufgaben mit anderen Wellingen, da haben wir auch oft mehrere Winkel, wo wir eine Struktive Interferenz haben, hier speziell nur ein Winkel mit der Struktive Interferenz. Das ist mal so eine typische Aufgabe, ein bisschen komplizierter, aber ja, das war es dann damit zu diesem Video. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.